so fortsetzen ja hallo und hiermit ein herzliches willkommen zu der dritten folge von let's play prototype 2 für die playstation 3 ja hier waren wir zuletzt stehen geblieben und jetzt geht es weiter ich habe ja gestern gta 5 let's play grand theft auto 5 und jetzt geht es hier weiter mit prototype 2 auch mal länger nicht mehr gezockt so jetzt beginnen wir uns mal zum buchstaben er wer oder was das genau ist finden wir jetzt heraus so aber doch mal sehen hier besser nicht auffallen hier erst mal rennen er da oben ist er den weg gerammt hier um es er denn da oben finden wir es heraus lautstärke mich auch wieder mal ändern schätze ich mal wenn sie verdächtige die reaktion durchführen ok wenden sie den alarm wechseln jetzt treten sie die blackwatch basis ok sorry blackwatch so Okay. So. Ein Panzer, verdammt. Ah. Hier triffst du mich eh nicht. Brauch keine Waffe jetzt. Verenden Sie den Alarm. Gut. Gucken wir jetzt mal. Den Panzer ist mal schrotten hier. Ha. Haha. Was wollt ihr denn alle, hä? Scheiß Drecksteil. Geh doch Schrott. Benutzen. Zugriff verweigert. Benutzen Sie den Alarm. Ach, fick dich. Soll ich den Alarm denn jetzt beenden? Ah, wenn die nicht mal nach mir fahren. Okay. Ah, wenn die nicht mal nach mir fahren. Okay. Gut, zerstelle ich dieses Teil mal. Gibt das nicht kaputt oder was? Gibt das nicht kaputt oder was? Gibt das nicht kaputt oder was? Ich weiß nicht wie ich das kaputt kriegen soll. Gibt das nicht kaputt oder was? Dieser Panzer, oder was? Okay. Benutzen. Geschafft. Wir haben es geschafft, in der Hand zu bennen. Möze. All right, listen up. We have a new mission. Gentex planning some new high-risk field tests. They've modified their protocols on infected versus civilians. Expect a body count increase. This is a high clearance detail. You're going to report ASAP to Dr. Schottfeld. He'll give you the test site location. Dismissed. How does it look like we have found a Rooks standort. That was Rooks. He spoke with the glatt head. So. Maha, let's go. Ja. Mal sehen, was wir jetzt machen müssen. Uh-huh. Uh-huh. Das ist meine Spezialität. Oh. Oh my God. What do we do? We have a hundred hundred pounds. Dritten Sieg rein. Alright. Leave the bar. Oh my God. 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 Ja, kommt doch her, her. Alle, die auf mich schießen hier. Ja, und absorbieren sie den Wissenschaftler. Die Wissenschaftler, sogar mehrere. Wer war das? Wer von euch Wichser war das? Na, komm her. Du Piss-Nelko. Was hast du davon? Ha, alle zerfetzen, niedergemetzelt. Du nervst auch noch. Nein, da brauche ich noch den Wissenschaftler. So. Da hinten sind noch mehr Wissenschaftler. Verpisst euch, Bullen. Bum. Bum. Boom, so, alle Wissenschaftler absorbiert, das waren insgesamt vier Wissenschaftler, die Ich hab so, wie im Muster. Bruno's Ziel nicht öffnen, wenn sie den Alarm, hm? Okay, benden wir mal in den Alarm, kämpfen wir ein bisschen mal gegen den Bullen, yeah. Macht Spaß, den Bullen wieder zu erzählen, das sag ich euch, hier bei dem Spiel. Wechseln, das wissen sie nicht. Jetzt bin ich ein Wissenschaftler, jetzt wissen wir nicht, dass ich das war, hier. No, not ASAP, right now. Schaffeld is crucial to Dr. Birks research. Roger that, ASAP. Jagen und absorbieren Sie Dr. Schaffeld. Pisst euch, pisst euch Bullen. Zentrum des Rings. Da kommt das Rote her, da muss ich jetzt also hin, wa? Wie's aussieht. Siehste? Haha. Gen-Tech-Einrichtung hier. Weiß keiner, dass ich die Karre geworfen hab. Weg mit einem Balkon hier. Was? Los hoch mit dir. Heller. Guck mal, das sehen wir jetzt aus wie ein Wissenschaftler, aber es ist immer noch heller. Der vorn Bandler. Mit den mehreren Superkräften der. Wisst ihr ja, ne? So. Uah. Hier sogar einen Stuhl können wir werfen. Moment. Uah. Aber wir müssen so bleiben. Sonst finden die uns. Wisst ihr ja bereits. Dann begeben sie sich zum Zentrum des Rings, um ihr Ziel zu finden. Dann ver-piss euch. Da kann man sogar verprügeln, obwohl er schon K.O. ist. Und schon liegt. Voll riskant, wenn ich hier so rumfliege. Haha, Bolle, du hast das nicht gesehen. Überm Haufen gerannt, die Leute hier. Wow. Yeah. Guck mal, das könnte, Leute. Superkräfte hier. Was? Wow. Haha. Ganz schön viel Schaden angerichtet haben wir hier, wa? Da kommt das Rote her. Ihr wusstet ja beim letzten Mal, dass ich nicht wusste, wo genau Dr. Billingsley war. Dr. Samuel Billingsley. Dr. Samuel Billingsley. Das Rote führt noch weiter dahin. Mal gucken. Na ja, erstmal überm Haufen rennen. Verpisst euch alle. Leutchen. Nicht mit mir solche Spielchen. Oder verdächtigt uns schon jemand. Aber er weiß eh nicht mehr, wo wir sind. Ja auf dem Dach. Neu, das ist ein Ding, was uns kennen kann. Und ganz viele Bollen. Da wimmelt es auch von Bollen. Okay, das ist ein Ding, was uns kennen kann. Das war's. Tschüss.